Willkommen zu einem neuen Infovideo. Heute werden die Achtelpaarungen preisgegeben. Ihr habt alle Zeit bis zum 27.11. um es bei mir oder Tobi einzureichen. Einfach wie gesagt Video, Text, Beat und sonst noch was. Viel Spaß mit der Paarung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das waren die Paarungen. Ich hoffe es hat euch gefallen und das sag ich Tschüss.